Zunächst einmal will ich Ihnen zeigen, wie InDesign bei der Ausgabe von RGB-Bildern vorgeht. Sie sehen, ich bin hier in InDesign und habe ein RGB-Bild geladen, das ich gerne drucken möchte. Dann kann ich unter Ausgabe anwählen Composite CMYK. Dieses Composite CMYK bezieht sich noch nicht auf den Ausgabeprozess, also auf das Profil, sondern nur, was soll mit dem Bild gemacht werden. Es soll in Composite CMYK ausgegeben werden. Im Bereich Farbmanagement des Druckmenüs kann ich mich nun entscheiden, in welches CMYK mein Dokument konvertiert werden soll. Ich kann mich für ISO-Quoted entscheiden, ISO-Unquoted oder ISO-Newspaper. Ich habe die freie Wahl. Sie sehen, die Entscheidung in CMYK zu konvertieren und in welches Profil sind in InDesign voneinander getrennt. Im Bereich Ausgabe kann ich zudem jederzeit festlegen, was soll mit meinen Schmuckfarben passieren. Sollen die in 4C konvertiert werden, umgelegt werden oder sollen die Schmuckfarben wirklich als Schmuckfarben ausgegeben werden. Das Farbmanagement von InDesign bietet mir somit ein großes Maß an Flexibilität, denn ich kann mich jederzeit entscheiden, was soll mit meinen Farben passieren und wie in welches Profil sollen die konvertiert werden. In QuarkXPress sieht die Sache zunächst ganz ähnlich aus, aber nur auf den ersten Blick. Sie sehen, ich bin hier im Druckmenü von Quark und auch hier kann ich unter Farben zunächst auswählen, Composite CMYK. Aber Sie sehen, ein Bereich Farbmanagement, wo ich auswählen kann, in welches CMYK, also ISO-Quoted oder ISO-Newspaper, bietet sich hier nicht. Anders als bei InDesign verbirgt sich hinter dem Begriff Composite CMYK nicht einfach nur die Information, dass die Daten konvertiert werden sollen, sondern auch schon ein ICC-Profil. Und dieses Composite CMYK ist der Name, die Bezeichnung eines Ausgabestils. Ein Ausgabestil legt fest, was soll mit Daten geschehen. Sollen sie konvertiert werden oder sollen sie nicht konvertiert werden? Wenn sie konvertiert werden sollen, in welches Profil? Was soll mit Schmuckfarben geschehen? Sollen diese konvertiert werden oder sollen sie nicht konvertiert werden? Sie sind also mit diesem System bei weitem nicht so flexibel wie mit InDesign, wo Sie ja erst ganz zum Schluss sich entscheiden können, wie Sie Ihre Farben konvertieren. Aber dieses Konzept hat auch Vorteile. Denn wenn Sie einmal eingerichtet haben, welche Ausgabestile Sie benötigen, dann ist das Ausgabemenü viel übersichtlicher als in InDesign, wo Sie ja zig Profile zur Verfügung stehen haben. Wir werden also zunächst einmal hingehen und uns eigene Ausgabestile für unsere Druckverfahren anlegen. Ich zeige Ihnen dabei aus Zeitgründen nur, wie Sie einen Ausgabestil für Isocoded V2 machen. Alle weiteren Ausgabestile, die Sie benötigen, können Sie in wenigen Minuten anfertigen. In keinem Fall sollten Sie mit dem von Quark mitgelieferten Ausgabestil Composite CMYK arbeiten. In diesem Ausgabestil versteckt sich auch ein ICC-Profil mit dem Namen Quark Generic CMYK. Dieses Profil unterscheidet sich in einigen Punkten recht deutlich von Isocoded V2 und es ist daher wesentlich besser, wenn Sie sich wirklich eigene Ausgabestile machen. Wir müssen uns aber nicht nur Settings für die Ausgabe machen, wir müssen uns auch ein Setting für die Quelleneinstellungen machen und wie das geht, das zeige ich Ihnen im nächsten Film.